Hi! Hallo, lieber Elia! Sebastian, was waren wir wegen dem kaputten Geschirrspüler, den du kaputt gemacht hast? Ich weiß es nicht! Wolltest du den Sanitäter oder so? Ja, warte kurz! Ich hab nicht! Ich muss kurz nachschauen wegen dem Geschirrspüler. Ich hoffe, in dem Geschirrspüler gehts gut. Hallo, ich bin der Sanitäter, Mann. Hallo, Sie sind der Sanitäter? Wie kann ich helfen, Mann? Der Geschirrspüler ist kaputt. Sicher doch! Aber sind Sie der lässige Sanitäter? Nein, ich bin der Lanziger. Okay, bitte. Entschuldigung, ist das der Geschirrspüler? Nein, 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 nein. Dann schau ich mal weiter. Kochen Sie gerade Reis? Hier. Kochen Sie gerade Reis? Nein, nein, das gehört so. Kochen Sie gerade Reis? Warum nicht? Nein, nein, nein. Bitte schauen Sie sich das alles an. Ich seh schon, ich seh schon. Haben viele Familien. Riechen Sie mal. Kann nicht mehr gut schmecken. Boah, nein, weg. So. Ist das Geld erledigt? Zap, zap, alles fertig. Super, danke. Kein Problem. Warte, ich gebe Ihnen nur noch was. Ist das denn Reis? Kaufen Sie gerade Reis? Nein, ich gehe gar nicht. Was geht? Kaufen Sie für den Sparer schönes Geld? Danke, Mann. Danke schön. Gehen Sie bitte raus jetzt. So. Raus. Danke schön. Schieben Sie mich raus bitte. Danke schön. Hallo. Ich bete noch kurz. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.